So Leute, weiter geht es hier mit Risen 1. Wir werden jetzt direkt einmal die Prüfung von Meister Ilumar abschließen. Ah, hier können wir jetzt alle aufzählen. Ich kenne die Zutat für die Spruchrolle Licht. Eine sehr nützliche Spruchrolle. Sie wird Bestandteil deiner abschließenden Prüfung sein. Also merke sie dir gut. Also was braucht man, um die Spruchrolle zu schreiben? Ein paar Goldstücke. Sehr gut. Ah, jetzt müssen wir hier alle durchgehen. Na gut, machen wir das. Ich kenne die Zutat für den Zauber der Illusion. Und was ist es? Der Hauer eines Keilers. Gut, nächster. Ich kenne die Zutat für den Zauber Telekinese. Dann lass mal hören. Man braucht etwas Flügelstaub. Richtig, sehr gut. Ich kenne die Zutat für den Spruch Nautilus Verwandlung. Gut, also was brauchst du dafür? Die leere Schale einer Nautilus. Richtig, dieser Zauber ist sehr mächtig. Deshalb sind die Schalen sehr begehrt. Ich kenne die Zutaten für die geringe Heilung. Das ging schneller, als ich erwartet habe. Welche ist es? Das Heilkraut. Ich kenne die Komponente für den Spruch Witz. Welche ist es? Eine Perle. Du hast bewiesen, dass du fähig und willens bist zu lernen. Der theoretische Teil deiner Ausbildung ist abgeschlossen. Wenn du die nötige Erfahrung hast, werde ich dir das Talent beibringen. Natürlich haben wir die nötige Erfahrung. Wir haben über 100 Lernpunkte. Also. Huch. Warum ist er jetzt aus dem Dings rausgegangen? So, machen wir erstmal das. Hier beschreibe ich eine magische Spruchrolle. Um eine Spruchrolle zu schreiben, brauchst du eine Vorlage. Also eine Rune. An einem Runentisch kannst du die magische Struktur der Rune auf ein Pergament kopieren. Damit die Magie in dem Pergament gespeichert wird, brauchst du je nach Zauber verschiedene Zutaten. Bin ich jetzt bereit für die Prüfung? Ja, du hast viel gelernt. Wenn du willst, werde ich dich prüfen. Wollen wir doch. Prüfe mich, Meister. Um meine Prüfung zu bestehen, musst du selbstständig und ohne Hilfe eine Spruchrolle anfertigen. Ich stelle dir lediglich die Rune und den Arbeitsplatz zur Verfügung. Alles weitere liegt bei dir. Hier, nimm diese Rune des magischen Lichts und beginne dein Werk. Ich will kein Licht machen. Ich will so einen blöden Dingsbums hier, Feuerball oder so machen. Schreibpuls. Was zur Hölle? Moment. Was ist hier passiert? Ich stehe hier vor. Ach, er hat das dahinter ausgewählt. Deswegen ist das... Ah, okay. Ähm, Lichtzauber. Ich will es nur einmal machen. So. Schreibt er hier schön. Trickel, Krackel. Ist er fertig? Fertig. So. Einmal Lichtzauber. Gut. Hier ist die Spruchrolle. Hm. Lass mal sehen. Ja, ja. Nicht schlecht. Die Spruchrolle ist dir gelungen. Du hast die Prüfung bestanden. Natürlich sollst du deine eigenen Spruchrollen herstellen. Aber wenn du mal Bedarf hast, kann ich dir welche überlassen. Gut. Ich brauche... Äh, der kann uns Runen geben. Das verstehe ich auch irgendwie nicht. Um eine Spruchrolle herzustellen, braucht man eine Rune. Aber Runen sind so gesehen besser, als die Spruchrollen, weil man Runen ja unendlich oft benutzen kann. Und Spruchrollen halt nur einmal. Ah, Moment. Deswegen ist es im Moment besser, Spruchrollen zu machen, weil für die Runen braucht man diese Siegel. Und die haben wir noch nicht, beziehungsweise können wir noch nicht lernen. Und deswegen ist es gut, dass wir jetzt Spruchrollen machen können. Aber gut, wir brauchen jetzt erstmal keine. Was gibt's? Ja, ich hab grad die Prüfung von Iluma bestanden und ihr ganzen Noobs seid dann auch dran. Das ist irgendwie kacke schlecht für euch, ne? Ja, hier. Haben wir jetzt schon alle... Ne, die von Meister... Wir müssen doch erstmal alle, äh, Prüfungen bestehen, oder nicht? Was für einen Kristall brauche ich? Nun, für den Anfang reicht es, wenn du dir einen Feuerkristall besorgst. Keine Sorge, es wird nicht notwendig sein, dass du die ganze Insel absuchst. Ich habe den Novizen Nathan in die Ruine nahe bei der Vulkanfestung geschickt. Er hatte einen Kristall dabei, doch er ist nicht zurückgekehrt. Verstehe ich das richtig? Ich soll ohne Kristall in die Höhle gehen, in die Nathan mit Kristall ging und nicht wieder zurückkam? Genau. Alles klar, dann mach ich mich mal auf den Weg. Gut. Haben wir Fragen? Ja, wir haben ein paar Fragen. Ich habe einige Fragen. Was willst du wissen? Äh, ich will mir über Run wissen, bla bla. Das ganze Zeug kennen wir doch eigentlich schon, oder? Wobei Kristalle nochmal... Was muss ich über die Kristalle wissen? Die Kristallmagie ist die älteste uns bekannte Form der Magie. Sie ist weit entwickelt. Mit der Zeit wirst du lernen, den Zauber des Kristalls zu verstärken. Gut. Runen kennen wir, Spruchrollen kennen wir auch. Und dann müssen wir jetzt, ähm... Ja, aus der Vulkanfestung raus. Wir müssen immer noch Hemmlers Mörder finden. Wir müssen die Pflanzen für Abrax finden. Und müssen wir noch was machen? Genau, in die Ruine gehen. Den Kristall finden. Und ansonsten war es das, glaube ich, was wir machen müssen. Ist das Tor jetzt schon offen, oder? Nee, noch nicht. Aber wir können jetzt hier dem Palas Bescheid sagen. Ist auch irgendwie bescheuert, dass so ein billiger Novize einfach dahergehen kann und dem Meister sagen kann, ja, der andere Meister hat gesagt, das Tor soll auf sein. Und dann machen die das Tor auf. Irgendwie ein Witz. Weil so kann ja eigentlich jeder einfach da hinlaufen und sagen, dass der gesagt hat, das Tor soll aufgehen. Und dann geht das auf. Gerade nicht. Auch wenn es eigentlich nicht stimmen würde. Hallo, Paul. Ja, wir wissen, was in der Vulkanfestung passiert. Gehirnwäsche und so ein kranker Scheiß. Ja, dann, was machen wir jetzt zuerst? Gehen wir jetzt erstmal in die Ruine da vorne. Und schauen mal, warum sind hier so... Irgendwie sind hier gerade voll die Sound-Bugs und auch irgendwie ein paar Lacks. Warum auch immer. Oh. Gegen die haben wir, glaube ich, noch gar keine Chance. Sind hier ansonsten irgendwo irgendwelche Viecher, Gegner, sonst was? Hier haben wir ein Feuer und nur ein Bett, Truhe. Ist da noch was? Gut, dann machen wir das nicht. Da vorne haben wir so eine blöde Heuschrecke. Ich werde einmal... Moment. Ah, nein, nicht mehr hinten. So, hier speichern wir auf F8, glaube ich. Genau, speichern. Dann werde ich jetzt mal versuchen, diese Panzergrille zu erledigen. Oh. Nicht zu viel Schaden verursachen. Ähm, ich glaube, das wird nicht so gut enden. Ah, Mist, ich habe jetzt Shift gedrückt. Dadurch sind wir langsam geworden. Äh, wenn wir das so fortsetzen... Aua. Okay, das funktioniert dann doch nicht. Okay, wenn wir das mit dem Ausweichen probieren, dann klappt das doch schon. Was auch immer das Vieh da gerade macht. Ein bisschen Ausweichen ist immer gut. Kann der mal aufhören zu blocken, da dieses doofe Vieh? Aua. Komm, ich... Aua. Mann. Heiltrank. Kacke. Ich habe Angst, auf das Fleisch zu drücken, weil ich nicht weiß, ob er dann stehen bleibt. Okay, sehr gut ausgewichen. Sehr schön. Äh, komm schon. Aua. Das halbe Leben von dem Vieh ist weg. Wir können doch eigentlich... Mann. Okay, wir verrecken sowas von. Das wird, glaube ich, nichts. Äh, oder... Ich weiß es nicht. Vielleicht kriegen wir das noch hin. Wird aber knapp. Es wird sauknapp. Wenn das Vieh uns noch ein- oder zweimal trifft, sind wir ziemlich tot. Aua. Ah, hör doch auf, um mich rumzulaufen. Das war... Nicht so... Mann, jetzt ist... Ist das viel dumm. Greif doch an. Aua. Scheiße, wir sind tot. Komm schon, das... Mann, 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 Mann. Wie sollen wir denn in die scheiß Ruine rein, wenn der... Wenn da so Viecher sind, die uns irgendwie mit fünf Hits töten. Komm, noch ein Heiltrang. Ich will das Vieh jetzt down haben. Mann, wieso kann das Vieh so scheiße schnell angreifen? Oh, das war gut. Noch ein Treffer. Mann. Jawohl. Und Level aufgestiegen. Gut. Flügelstaub. Uiuiui. Alter Falter. Das war jetzt ein heftiger Kampf. Aber wir haben es zum Glück noch geschafft. Ich werde mal eben noch schauen, ob hier noch welche von diesen blöden Viechern rumlaufen. Zum Glück nicht. Hier haben wir eine Goldader. Das Schürfen haben wir ja schon erlernt, deswegen hole ich mir mal eben ein bisschen Gold hier. So, fünf Goldbrocken. Gibt es hier drin... Was sollen denn diese blöden Soundbugs gerade hier? Das ist irgendwie nicht cool. Gibt es hier in dem Wasser irgendwas? Da ist ein Skelett drin, ne? Hier in der Mitte. Aber hier gibt es sonst nichts Interessantes. Okay. Da ist noch ein Wagen. Da liegt aber auch nichts mehr. Gut. Dann würde ich sagen, werden wir in der nächsten Folge in die Höhle da vorne reingehen. Und uns einfach mal anschauen, was es da drin so gibt. Und beziehungsweise was wir da drin so finden. Hoffentlich werden wir keine starken Gegner und dafür einen Novizen finden. Der uns den Kristall geben wird. Das wäre ein Traum. Ich glaube, das wird aber nicht der Fall sein. Also wir gucken einfach mal. Bis jetzt bedanke ich mich erst einmal fürs Anschauen und sage da mal Tschüss und bis zur nächsten Folge.